Hallo, wir kommen zu unserer nächsten Zuschauerfrage. Gib mal die Fax. Was? Gib mal die Faxi. Was? Die Faxi. Was ist los mit dir? So viele Fragen. Ah, es werden immer mehr. Okay. Mandy fragt. Wie? Mandy aus Hannover. Mandy? Mandy oder Mandy? Mandy ist afrikanisch. Mandy kommt aus Senegal. Aber die ist aus Hannover. Und Mandy fragt. Warum sind bei Afrikaner Kumpels wichtiger als die eigene Frau? Das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht. Kommt drauf an. Ne, das stimmt nicht. Aber das stimmt nicht. Meine Frauen sind wichtiger als alle meine Kumpels. Aber ich hab 22 Frauen. Ich hab 23 Frauen. Ich hab 24. Ich hab 25 Frauen. Ich hab 26. Ich hab 25. Ich hab 30. Ah, Bruder. Klein und groß. Aber sie können nicht kochen. Sag mal Bruder, bitte. Sie können nicht kochen. Was? Ich hab gerufen, dass eine von 30 Frauen kochen kann. Aber sie können nicht kochen. Warum? Zuhause ist vegetarisch alles. Wir essen vegetarisch. Hm? Kein Puttenfleisch. Kein Hühnchenfleisch. Hä? Was ist das? Ich versteh mich schon. Ich versteh mich schon. Ah! Keine Schlange. Du redest aus meinem Herzen hier. Ah, Bruder. Das ist mein Problem. Schwer! Wir haben keine Möglichkeit. Zuhause gibt nix. Nie! Nur Gras mit Gras und Gras. Gras und Gras. Spinat. Was ist das hier an Essen? Mit Karotte. Ah! Deswegen. Deswegen. Wir nutzen hier die Gelegenheit, um abzuhauen. Damit wir uns treffen können. Wir müssen die Wahrheit sagen. Ja, wir müssen... Ja, sie hat gefragt. Ja! Wir treffen uns, um was richtig Geiles zu essen. Ja! Bruder, gib mal her. Ah, warte. Warte! Mein Bruder hat das. Wir wissen nicht, ne? Ah! Ich freu mich schon die ganze Zeit hier. Also, Bruder, gestern haben wir Kacksen machen gesammelt. Ja! Und jetzt haben wir sie geröstet. Bei Freddy gestern. Hey! Bei Freddy, ja. Guck mal hier. Das war... Ich glaub das war die Vorderbein. Aha! Aha! Oh, das ist das. Mhm! 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 Besser als Hühnchen. Das ist halt bei dir zu Hause. Nee! Mh! 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 Hey Bruder! Ich komm morgen wieder! Mhm! Und so fachen können nicht sprechen. Sie darf nicht wissen. Mhm! Ah! Bruder! Das ist Essen! Das ist geil! Das ist geil! Das ist Essen! Ey, mein Knochen hat miau gemacht. Egal.